Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Was wir seit Jahren, Monaten, Wochen, Tagen in London erleben, das hat Shakespeare-hafte Züge. Es ist die Selbstschädigung einer europäischen Gesellschaft. Es legt auch die Axt an Vertrauens- und Glaubwürdigkeit einer ganzen politischen Klasse. Das kann einen nicht kalt lassen, wenn ein Partnerland sich selbst in eine so schwierige Lage manövriert. Herr Gauland, Sie haben das Referendum der Briten über den Brexit hier sozusagen als eine Sternstunde der Demokratie dargestellt. Wir haben auch Respekt vor dem souveränen Willen anderer Völker. Aber der Brexit wird nicht als Sternstunde der Demokratie in Erinnerung bleiben, sondern als der Scherbenhaufen den Populisten mit falschen Argumenten hinterlassen haben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Unsere liberal-demokratischen Partner in Großbritannien plädieren bereits seit langer Zeit für ein zweites Referendum. Sollte es diese Chance geben, müsste die Europäische Union sie beantworten durch eine Verhandlung darüber, unter welchen Bedingungen die Briten in der Europäischen Union bleiben wollen, statt nur zu gestalten, wie der Austritt erfolgen soll. Der Brexit, so oder so, ist allerdings auch eine Chance für uns Europäerinnen und Europäer, nämlich eine Chance auf Erneuerung europäischer Politik und ihrer Institutionen. Es ist ein Appell an uns, uns auch neu unserer gemeinsamen europäischen Werte zu vergewissern. Nehmen wir unsere europäischen Werte ernst, auch in unseren eigenen Parteienfamilien. Und wenn wir europäische Werte ernst nehmen, dann kann eine Partei wie die von Viktor Orban nicht Teil einer Partei sein, die sich in der Nachfolge von Konrad Adenauer und Helmut Kohl sieht. Volkswagen baut Arbeitsplätze ab. Bayer baut Arbeitsplätze ab. Wir erleben möglicherweise eine Bankenfusion in Deutschland, die massiv zu Lasten von Arbeitsplätzen geht. Die Konjunktur in Deutschland trübt sich ein. Und dann stellt sich eine Bundeskanzlerin bei der Regierungserklärung hier hin und sagt, wirtschaftspolitisch seien wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Da stimmen wir nicht zu, Frau Bundeskanzlerin. Wir sehen uns nicht auf dem richtigen Weg, weder in Europa noch in Deutschland, sondern ganz im Gegenteil, wir müssten jetzt das Ölzeug anziehen und uns wetterfest machen, weil einiges an stürmischen Zeiten auf uns zukommt. Und was gibt es da an Angeboten? Was gibt es da an Angeboten, mit denen wir in Europa werben könnten? In Deutschland wird ausgerechnet nach Ihrem Haushaltsentwurf im Ministerium für Bildung und Forschung gekürzt, statt zusätzlich investiert. Das ist doch kein Signal nach Europa vor einem europäischen Gipfel, wo es um Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung von Arbeitsplätzen geht. Wo sind die Initiativen für Freihandel, für einen digitalen Binnenmarkt, für Technologien, ja, auch für Entlastung und für Investitionen? Was wir gehört haben von Frau Nahles und von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, ist ausgerechnet das hohe Lied auf eine Steuererhöhung. Sie nennen es Finanztransaktionssteuer. In Wahrheit werden aber Finanztransaktionen bei dem Plan von Herrn Scholz und anderen gar nicht ins Zentrum genommen, sondern auch die Aktienkäufe von privaten Kleinaktionären. Und das ist nicht ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit, sondern zur Verschärfung von Verteilungskonflikten. Also, wir wünschen uns in Deutschland und Europa eine Politik, die tatsächlich Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Stärke und Arbeitsplätze sichert. Und das steht im Zusammenhang auch mit einer gestalterischen Klimapolitik. Ja, das Weltklima macht Menschen Angst. Aber der Klimawandel und die darauf antwortende Politik verursacht auch Verteilungskonflikte. Das ist die Spannbreite, in der wir uns bewegen. Zwischen Greta- und Schülerprotesten einerseits und andererseits den Protesten der Gelbwesten in Frankreich, wohinter harte Verteilungskonflikte stehen. Und das beantwortet man dadurch, dass wir Klimaschutz verbinden mit einer Politik, die Freiheit und Wohlstand sichert. Sie, Frau Merkel, Sie, Frau Merkel, ich kann das gar nicht höflicher sagen, Sie haben mit der kurzen Szene, wo Sie hier beschrieben haben, wie in Jahresscheiben sektorübergreifend Klimaziele in Europa dargestellt werden. Sie haben hier geradezu eine Karikatur der Planwirtschaft vorgetragen. Und haben dann im Anschluss begründet, warum man jetzt deshalb Industriepolitik machen müsste, zum Beispiel durch staatlich arrangierte Batteriekonglomerate. Frau Merkel, Sie bieten schlechte Lösungen für Probleme an, die Sie selbst geschaffen haben. Denn was wir bräuchten, wäre Technologieoffenheit. Ja, selbstverständlich, Batteriefertigung in Europa sicher, Forschung dort. Aber ich würde erwarten, dass die deutsche Bundesregierung bei unserer Schlüsselindustrie-Automobilbranche, dass sie in Brüssel vorstellig würden und erklären würden, wir wollen die Klimaziele auch im Verkehrsbereich erreichen. Wir wollen auch die ambitionierten Flottenziele beim CO2 erreichen. Aber wir setzen uns für Technologieoffenheit ein. Und deshalb werden zukünftig auch synthetische Kraftstoffe und negative Emissionen angerechnet auf die Flottenverbrauchsziele. Das wäre Marktwirtschaft, Technologieoffenheit und es wäre im deutschen Standortinteresse. Nichts dergleichen hören wir. Und übrigens, wer Flugreisen den Menschen rationieren will, der wird auch nicht auf dauerhafte Zustimmung treffen. Dagegen werden die Menschen sich wehren. Die Antwort wäre nicht, den Menschen die Fernreise zu verbieten, sondern dass Europa der weltweit führende Spitzenstandort wird für Flugmobilität auf Wasserstoffbasis. Denn die ist CO2-neutral und erlaubt den Menschen auch die Welt zu sehen. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Frau Merkel, an einer Stelle Ihrer Rede waren Sie besonders leidenschaftlich. An einer Stelle. Und das war ausgerechnet die Stelle, wo Sie Upload-Filter begründen, also die europäische Frage, die die meisten Menschen gegenwärtig gegen die Europäische Union auf die Palme bringt. Ausgerechnet da zeigen Sie einmal Leidenschaft. Und ich halte Ihre Leidenschaft an dem Punkt für nicht glaubwürdig, Frau Merkel. Denn es war doch Deutschland, das in den vergangenen Jahren in der Energie und Klima und insbesondere in der Migrationspolitik fortwährend Alleingänge gegen unsere europäischen Partner vorgetragen hat. Selbst Frau Kramp-Karrenbauer hat das inzwischen eingeräumt. Also da ist das hohe Lied auf Multilateralismus nicht angezeigt. Und man fragt sich, Herr Präsident, mein letzter Gedanke, man fragt sich, wenn wir schon in Europa auf Sicht fahren, angesichts der Ereignisse in der Welt und auf unserem Kontinent, wer steht am Steuer? Denn auf Emmanuel Macron antwortet nicht die Bundeskanzlerin, sondern die neue CDU-Vorsitzende. Das mag ja in Ordnung sein. Aber ob jetzt das europäische Leitprojekt wirklich ein Flugzeugträger sein kann, wo unser Segelschulschiff kein Wasser unter dem Kiel hat, das halte ich wirklich für eine Frage, mit der man schnell das europäische Einigungsprojekt der Lächerlichkeit preisgibt. Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, Ralf Brinkhaus.